Und dann Moinzen zu den Stichpunkten nach dem 13-0 bei Union Berlin. Am Spiel lag es nicht, da wird natürlich gemeint, dass eben jetzt die ganzen Entlassungsgerüchte am Brodeln sind. Das dann eben die Summe aus der Erfolglosigkeit unter Labbadia bisher und nicht eine Reaktion auf das Spiel. Gestern würde ich mal behaupten, weil gestern war es okay. Erste Halbtät war ordentlich, näher an der Führung dran gewesen. Dann eben wirklich auch wieder dumme defensive Fehler, die glaube ich auch kein Trainer abstellen kann. 3-0 hinten gewesen, danach aber trotzdem nochmal Chancen gehabt. Und Sofascore zum Beispiel, Understat auch, geben uns deutlich mehr Expected Goals. Ich weiß, will keiner hören, gehört aber zur Wahrheit für mich 1,6 zu 2,0 x Goals oder sogar 1,7 zu 2,6 x Goals für uns. Nun ist es nach zu erwartbaren Punkten in dem Bereich, in dem Labbadia da war von der Saison. 8,61 Punkte, weniger geholt als zu erwarten war. Das ist bei keinem anderen Team so niedrig oder so krass. Und Jungen, genau das Gegenteil, die sind da Top wert. Die haben 9,77 Punkte mehr geholt, als zu erwarten war. Hier eben auch die große Frage, lässt sich sowas überhaupt von irgendeinem Trainer abstellen? TV-Experte, größer Berater. Gehen wir mal vom Spielfeld weg, schauen wir ein bisschen aufs Drumherum. Berater von Silas vorm Spiel. Schön, Silas verteidigt, dass er keinen Stürmer spielen kann. Greif Labbadia öffentlich an, diesen Post von Sky Sport war es, glaube ich, liked an Florian Schock. Hat er, glaube ich, wieder zurückgenommen mittlerweile. Und unsere Berater. Unsere Berater sind überall, aber eben nicht beim VfB Stuttgart. So wirkt es zumindest auf uns. Klar, heutzutage kannst du dich auch, ne, auch mal online zusammenrufen, ne, in irgendwelchen Calls. Alles möglich, aber so wirkt es eben auf uns. Gleichzeitig auch, was heißt sie überhaupt uns? Es sind nicht unsere Berater vom VfB, es sind Werles Berater. Er hat sie geholt. Khedira und Lahm übermissend hat es Kopf hinweg, wissen wir alle. Labbadia ist 100% auch einfach nur ein Werle-Move. Ich glaube nicht, dass da Wohlgemut zum Beispiel Großaktien drin hat in dem Ding. Und gerade bei Khedira tut es mir als Lieblingsspieler weh. Da muss ich groß trennen zwischen Spielerkarriere und, ich sage mal, Funktionärskarriere. Aber es ist ja so. Lahm steht beim Bayern-Spiel gestern quasi für die Bayern-Seite da, bei Bayern gegen Dortmund. Khedira macht den TV-Experten für Köln gegen Gladbach da jetzt heute Mittag. Und währenddessen, ja, brennt es bei uns in der Trainerentscheidung. Was geht bei euch? Es sieht sehr danach aus, vor dem Salabadier entlassen. Ist okay, 0,55 Punkte pro Spiel in seinen Bundesliga spielen. Sportlich vollkommen okay. Persönlich, auf persönlicher Ebene, ich fände es irgendwie schade. Ich kann dem irgendwie was abgewinnen, kann mit dem was anfangen. Ist aber eher sportlich gesehen so völlig egal. Die große Frage ist jetzt eben, warum denn erst jetzt? Warum denn erst jetzt? Man hatte zwei freie Wochen nach dem Wolfsburg-Spiel, das auch schon scheiße war, die letzte Pause in der Saison, dann hat sie nicht genutzt. Man hat es einfach verstreichen lassen müssen. Und ja, wenn man jetzt agiert, ihn jetzt rauswirft, dann hat man schon immer irgendwie vorgehabt, ihn rauszuwerfen. Und dann hätte man es auch da machen können, weil es gibt ja keine andere Erklärung dafür. Oder ging man jetzt ernsthaft davon aus, dass wir 22 Bundesliga-Auswärtsspiele am Stück ohne Sieg auf einmal bei Union gewinnen und den Turnaround schaffen. Das ist ja die einzige Begründung, dass die sagen, ey, wir geben dem die Pause, vielleicht schafft er es ja doch noch, um ihn dann nach dem ersten Spiel, nach zwei Wochen Pause rauszuwerfen. Dann mussten die ja geglaubt haben, dass da halt irgendwas geht, dass wir in Union was holen könnten. Was ist das für Urglaube? Was ist denn das für eine Idee? So, oder anderer Punkt, natürlich der lachhafte Punkt, vielleicht wollte man auch witzig sein einfach, ne? Zweiter Trainer in der Saison nach dem Spiegel Union rauswerfen. Matarazzo war Hinrunde gegen Union zu Hause, danach war er weg. Ja, und die Fans haben wieder recht, die Fans haben wieder recht. Werdet eurer Verantwortung gerecht, stellt jetzt alles in Frage. Genau das muss passieren, Klarheit muss jetzt herrschen und ja, stattdessen wird wieder aufgeschoben und die Entscheidung fällt wohl erst morgen. Die Trainergerüchte. Schauen wir doch mal, wer denn der vierte Trainer in dieser Saison werden könnte. Gleichzeitig auch wäre im Pokal in Nürnberg, im vierten Pokalspiel auch der vierte Trainer auf der Bank. Bestimmt auch Novum in der Bundesliga oder im Pokal dann eher. Aber zum aktuellen Stand, Sonntagnachmittags, circa 17 Uhr, ist so mein Wissensstand. Hoffentlich passiert danach nichts mehr, ist immer das Ärgerlichste, wenn du was aufnimmst und danach kommt irgendwie eine dicke News noch rein. Alle Medien gehen von der Belastung aus, so. Markus Gießdoll wird es wohl nicht schreiben, die meisten. Das ist schon mal gut, weil wenn du Gießdoll holen würdest, dann kannst du aber die ja auch behalten. Das ist irgendwie gefühlt Copy-Paste. Nico Willig wird es wohl auch nicht. Der schaut wohl Richtung Sommer. Gibt es auch die Gerüchte um den Wechsel. Um den Wechsel vielleicht. Hätte ich noch cool gefunden. Hat 2019 dieser ja auch mehr oder weniger toten Mannschaft nochmal Motivation in Leben eingehaucht. Hat nicht gereicht am Ende, aber er war nicht schuld, dass wir da abgestiegen sind. Also ganz sicher nicht. Magath ist kein ernstes Gerücht. Was wohl ernst war? Interesse an Hannes Wolf, unser Ex-Trainer. Der hat aber wohl selbst kein Interesse. Und Deutscher Meister 2007. Ludovic Manja ist auch ein Gerücht. Hält sich in den Medien. Wir waren auch schon mal dran. Ich glaube, nach Walter war das damals. 1,29 Punkte pro Spiel in Zürich. Und jetzt aktuell Trainer bei Lausanne. Lausanne, weiß nicht, wie es ausspricht. 1,76 Punkte. Das sieht sich schon mal besser. Sind da auch im Aufstiegsrennen. Aber wenn ich Aufstiegsrennen high sage, wisst ihr schon, das ist zweite Liga. Das ist zweite Schweizer Liga. Kann ich nicht unbedingt einschätzen, wie hoch das Trainerniveau dann da gerade ist bei ihm. Weitere Namen sind Robert Klaus. Ex-Trainer von Nürnberg. Jung, vielleicht ein bisschen Richtung Matarazzo-ähnliches Ding vielleicht. 1,0 Punkte-Schnitt bei Nürnberg. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und Alexander Blessing, Ex-Trainer von Genua. VfB 2 Vergangenheit. Er hat auch 1,36 Punkte nur geholt. Das muss, glaube ich, auch zweite Liga gewesen sein. Holt mich beides nicht ab auf den ersten Blick. Also wirklich nicht. Immerhin beide vereinslos. Also man muss ja nicht irgendwie noch gucken. Weil man ja, wäre ja aktuell noch in einem Verein unter Vertrag. Vielleicht wird es dann doch so enden, dass Labbadia bleibt. Weil Punkt vorhin. Vielleicht ist auch der Grund gewesen, dass man nicht entlassen hat, dass man einfach noch keinen Ersatz hat. Und mal gucken, ob man jetzt einen hat. Jetzt einen gefunden hat. Jetzt einen bekommt. Frage mal bei dir auch. Der Vertrag. Gibt Geschichten, dass es hieß, jo, man kommt da gut raus beidseitig. Und es gibt Geschichten, die sagen, wir können es eigentlich gar nicht leisten wegen Abfindung. Wie ist das? Da ist auch die Frage, kommt man da jetzt gut und günstig raus? Oder eben nicht? Wird das wieder eine absolute Shitshow, wenn du ihm einen Vertrag gegeben hast bis zur 25? Könnte das teuer werden? Werle, Wohlgemut, Kedira, Lahm, Gentner, Vogt. Die ganzen Leute, nennt die Bild, entscheiden die Trainerfrage. Mal gucken, was es wird. Noch ist Zeit genug. Auch wieder so ein Spruch oder so ein Thema, wie wahrscheinlich die Expected Goals oder Statistiken von mir, die manche nerven. Genauso nervig ist der Spruch auch von wegen, noch ist genug Zeit. Ja, ist er, aber wir performen nicht. Ich fühle es. Es ist gerade ziemlich kacke alles. Bin auch gerade, nicht unbedingt negativ, also in irgendeinem Sinne bestimmt schon, aber vor allem irgendwie auch ein bisschen, einfach hoffnungslos. Weil es fühlt sich alles sehr charakteristisch nach einer Abstiegsressour an. Hab ich auch schon gesagt, in den Stream-Highlights oder im Streamland eben, wer es da schon verfolgt hat. Sieht gerade ziemlich ausweglos aus. Irgendwie auch ein bisschen Parallelen dann zu 2,19er Abstieg und so. Alles nicht so geil. Aber, Punkt zurück, rechnerisch ist noch alles drin. Es sind weiterhin vom Abstand her, diese ein, zwei Punkte, von mir aus auch drei, je nachdem, wie sie halt punkten die Gegner. Da bist du an einem Spieltag, wenn der Rest natürlich passt oder hast du einen Trick, du bist der L gegen einen vom Rest, bist du mit einem Sieg wieder vorbei. So ist es ja nicht. Wir haben auch noch direkte Duelle. Wie so ein älteres Banner, was gerade auch seine Runden macht auf Twitter, sagt, holt mal Punkte, ihr seid schon wieder letzter. Irgendwie auch ein nettes Banner. Nächste Woche haben wir, genau jetzt, jetzt genau in einer Woche, haben wir Bochum auswärts. Augsburg-Aussatz haben wir noch, Hertha-Aussatz haben wir noch und Hoffenheim zu Hause. Allein die vier Duelle sind 12 Punkte. Und mit denen steht es am Ende auf 32. Und ich würde mal tippen, selbst wenn du mit 32 den ganzen Restraum herum verlieren würdest, würde es reichen. Du hast immer noch gewissermaßen in deiner eigenen Hand. Und vielleicht ist ja auch die Hoffnung, egal wer da kommt, auch wenn es mich gerade nicht hypt, auch wenn es die meisten gerade nicht hypt, was da gerade so in den Gerüchten ist, vielleicht kann ein neuer Trainer irgendwie einen Effekt bewirken. Wir kennen es, dieser neue Trainer-Effekt, irgendwie einen neuen Impuls gesetzt, an irgendeiner mini kleinen Schraube getreten, auf einmal treffen sie eben die Hütte vorne und machen nicht wieder aus acht Expected Goals, nur zwei so Geschichten. Hoffen kann man ja noch. Damit war es das von diesen Stichpunkten, die natürlich mehr auf die aktuellen Geschehnisse als wirklich aufs Spiel eingegangen sind. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Gerne auch kostenlosen Like und kostenloses Abo dalassen, falls ihr es nicht getan habt. Ja, wird eine stressige Woche, ne? Englische Woche, Nürnberg, Bochum, viel zu tun, viele Entscheidungen, wir ziehen es trotzdem natürlich durch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.